hi büros ich grüße euch heute geht es mal wieder on tour und zwar geht heute zu blackbox zum diesjährigen produkt vorschießen neuheiten werden auch gezeigt und ja ich mache mir jetzt auf den weg sind gute 100 kilometer fahrt sogar noch ein bisschen mehr und ich zeige euch einfach mal was da heute so passiert in kleinen ausschnitten viel spaß beim video so freunde nach 130 kilometern fahrt fast zwei stunden hat es gedauert sind wir endlich da bei blackbox zum vorschießen richtig geiles wetter bin mal gespannt wie es heute so wird so 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 so